Willkommen Leute zu einem neuen Minecraft Video hier auf dem Kanal. Leute, nein, es war Spaß, wir zocken Roblox und mit dabei ist der Thomas. Hallöle und Roblox in Minecraft, was haltet ihr davon? Hinterlasst ein Like dafür. Das war mit Abschnitt der unauffälligste Versuch, aber Leute könnt ihr trotzdem gerne ein Like da lassen. Ja, wir zocken heute Minecraft in Roblox und wir müssen hier flüchten, aber wir müssen erstmal in Steve. Und guck mal was da links gemacht wird Thomas, was ist das? Nein, das ist eine Crafting Card. Nein, das ist eine Crafting Table. Sag ich doch. Und es wird ein Kuchen gecraftet. Das ist doch kein Kuchen, das ist eine Melone. Doch. Nein, das ist ein Kuchen. Das ist ein Melonenkuchen. Nein, das kann sein. Nein, das ist Getreide, das ist zu klein als Wasser. Ich muss den Thomas natürlich ein bisschen auf die Schippe nehmen, weil er sich nicht so gut mit Minecraft auskennt. Hä? Was? Ich muss ja von hinten anfangen, warum das denn? Ich bin durchs Portal falsch gelaufen, wie geht das? Loop Bonus. Hä? Achso. Oh ja. Yeah, du bist da. Wir haben hier die Bette. Hey. Lol, deine Arme trennen sich einfach von deinem Körper. Hab ich gesehen. Du siehst immer sehr begeistert aus, dein Gesicht. Hab ich ja schon mal gesagt. Ich weiß, ich weiß. Ich sehe immer motiviert aus, höchstmotiviert. Höchstmotiviert, so kennt man den Thomas. Ich finde es geil, dass hier einfach Teile von Minecraft drin sind, wie die Wiese und der Boden, wenn man runterfällt. Guck mal hier, wie cool das aussieht mit den Fackeln, finde ich. Ja. Ja. Hier auch so Creeper im Hintergrund. Echt cool gemacht, oder? Definitiv. Fackeln. Du musst doch das Gelbe springen, ne? Ja. Guck mal, hier rechts sogar. Es soll, glaube ich, der seltenste Manzkin darstellen. Bin mir aber unsicher. Okay, da hinten haben wir einen Gast. Da unten ist ein Enderman. Und ein Portal in die Hölle, schätze ich mal. Oder ins End. Kann ja beides sein. So. Und was ist das hier? Wenn du auf den Gast springst, bekommst du Bonuspunkte, ne? Ja, bestimmt. Wollt ihr zeigen? Guck hier, ich zeig's dir. Guck mal, hier. Wie ist das? Die gehen in den Minus, ne? Ja, immerhin. So, hier bestimmt aufs Gras, schätze ich mal. Das Gelät sieht auch ganz nice aus. Und jetzt links auf die Spitzhacke, ne? Ah, Spitzhacke und Speine. Die sich aber nicht bewegen. Die achte Stage ist dann auch dran, ne? Rutschen wir jetzt hier runter, oder nicht? Ja. Und los geht's. Bam. 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 Hä? Ich bin daneben geflogen. Wirklich? Ich hab das Portal nicht getroffen, ja? Ey, was soll das denn? So, dann treffen wir das Portal jetzt. Und let's go. Wir werden einfach in so ein Schrottspiel reingepackt. Nein. Doch. Ey, das ist ja richtig komisch. Das ist voll die Verarsche. Ja, irgendwie schon, ne? Leute, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Wir zocken noch ein anderes Minecraft-Game. Das kann doch nicht die Rasse sein hier, ne? Ja, auf gar keinen Fall. Okay, Leute. Da sind wir noch in einem anderen Minecraft-Spiel gelandet. Ich muss sagen, der Boden verwirrt mich ein bisschen. Bisschen? Aber der sieht voll aus wie bei Roblox. Hä? Nein, Mann, Spaß. Der sieht aus wie komplett Minecraft. Das lustige ist einfach, du springst nach rechts, aber du bewegst es... Oh, nee. Lol. Du fliegst runter und das Bild bewegt sich gar nicht mit. So, das ist total komisch. Ja, ne? Ja, sieht ein bisschen mysteriös aus. Hier rechts vielleicht. Ne, der Goldblock ist es, ne? Beim ersten. Echt? Okay, Gold. Der Goldblock ist es. Ich gucke einfach den anderen zu, was der macht. Der warte bestimmt mal auf dich, ne? Ich habe eine andere Idee. Bleib mal hier stehen. Ja. Und dann spring ich auf deinen Kopf. Warte. Hat das klappt? Ne, nie im Leben. Ah. Aber es hat klappt. Der sieht jetzt grün aus. Okay. Grün ist es nicht, ja? Grün ist es nicht? Ne, also erst Gold und dann, denke ich mal, blau. Gold? Oder finde ich immer Gold? Ja, kann auch sein, ne? Ne, grün ist es. Guck mal, der weiß jetzt direkt Bescheid, der... Ey, das ist so unfair, ne? Was eine Camper-Song. So, jetzt hat er den grün ausprobiert, nicht den grün. Ja, grün ist dann das letzte. Hä? Ah, das zweite war Diamant. Ja. Ach, Mann, habe ich falsch verstanden. Ja, ist klar, ne? Wenn man es nicht kann. Erst mal hier, Duck. Ja, genau, ich kann nicht, äh... Was war das letzte? Mitte, ne? So, habe ich dann auch. So, dann geht es weiter. Der Kollege, der ist aber ganz schön unverschämt gewesen. Ja, der wartet einfach. Ah, da will man einfach zu schnell ran. Nein, ich wollte auf Patrick warten. Wo bist du? Ja, natürlich, Thomas. Wo bist denn du? Ach da, da ist er. Da ist er. Da ist er dabei, ne? Komm. Und weiter geht's. Ey! Wie kann man an der Stelle sterben? Thomas, du brichst hier wieder Rekorde, aber im negativen Sinn. Echt? Ja, leider schon. Das finde ich gar nicht so schön. Ja, ich finde das jetzt auch nicht so klasse, ne? Dass du hier die besten Rekorde brichst. Aber im Sinne von den schlechtesten. Lol, wir sind jetzt hier bei so Zombies. Wie ist? Du warst bei Zombies? Ich wollte mich gerade verbessern, ja. Aber wir können auch einfach hier durch. Hä? Lol, ich bin einfach durchgekommen. Mein Kopf ist da durchgekommen. Ja. Geil. Ja, das war alles so geplant. Ah, man wird auch einfach voll schnell. Ja, natürlich. Hä? Ey, das ist eine Eisfläche. Man rutscht da aus. Ja. So in der Art. So in der Art. Hä? Was soll das denn heißen? Hä? Ich bin auch weitergekommen. Ja? Das kann doch kein Zufall sein. Hallo? Ich glaube, das war dann auch tatsächlich kein Zufall. So, ich springe hier gerade auf diesen Iron Blocken. Iron Blocken. So, zack, zack. Oh nein, da wird man auch beschleunigt. Ey, es sieht einfach so komisch aus mit dem Boden. Ey, also, ne? Ich bitte dich. Ich bitte dich, ne? Ja, aber so ist das ja immer, ne? Man will kurz durchrushen, denkt sich nichts, weil... Ey! Ich dachte jetzt hier beim Lavaboden, dass man nicht die auf die Steine muss. Sondern, dass das auch so Hindernisse sind. Ey, das ist so einfach, wenn du hier einfach immer in die Luft springst, Leute. Also, so ist es auf jeden Fall die einfachste Möglichkeit. Hast du schon deine Spitzhacke rausgeholt, um zu craften? Die Spitzhacke ist hier leider noch nicht am Start. Aber ich bin jetzt... Hä? Besonders Spitzhacke rausgeholt, um zu craften. Das ist mit Abstand die dümmste Aussage, die ich je gehört habe, Thomas. Aber du bist ja sowieso schon gut dabei, hier sinnlose Aussagen zu äußern. Von daher ist das noch harmlos. Ey, hallo, das ist doch mein Job, oder nicht? Ja, dein Job ist es sowieso hier, ähm, für Unterhaltung zu sorgen. Und das machst du definitiv. Die Frage ist, wie gut die ist, ne? Die Frage ist, was für Kommentare auf mich warten. Ei, 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 die will ich mir noch nicht vorstellen, ne? Ja, aber naja, so ist halt im Leben. Ähm... Schön, dass du einsichtig bist. Äh, klar. Hallo, ich als Minecraft-Experte... Hier musste man wieder testen. Ey, das ist echt komisch. Hier an diesen blauen Feldern, wo man einfach nach vorne gezogen wird. Hä, bist du immer noch da? Ach, da, nee, okay, okay. Ja, da musst du einfach springen. Geh da einfach links, ganz links. Ach so, kann man einfach ganz links gehen? Du musst das Leben immer wieder mal schwer, ne? Ey, es ist so unfair hier, diese Stellen. Hier muss man wieder raten, ob rechts oder links, oder links oder rechts. Boah, nervt das, Leute. Aber zum Glück ist meistens direkt ein Spawn davor, oder so. Ja, und zum Glück weißt du ja dank mir sofort wieder, wo du entlang gehen musst, ne? Und ja, es klappt, oder? Jawohl, ich hab's geschafft beim zweiten Mal. Nice, Leute. So. Also, ich glaub, der Thomas, ne, wenn er so weitermacht, dann schafft er's heute wieder nicht. Ey, klar schaff ich das. Natürlich. So wie immer, oder? Ey, ich bin doch schon vor dir. Ja. Stimmt. Ich bin doch schon... Stimmt, ich bin grad bei dir, siehste. Siehst du mich, du machst recht. Ich bin schon... Ich steh auf dich drauf, siehste. Ja. Ne, aber ich bin schon hier im Roblox-Spiel reingekommen. Ja, du bist im Roblox-Spiel. Das hast du gut erkannt. Und... Na gut, ey, nehm ich... Thomas, ich glaube, es ist Zeit, schlafen zu gehen für dich. Oh, genau die falsche Seite gewählt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann dir sagen, wie du laufen musst. Wie denn? Zwei rechts, ein links. Anni, zwei links. Ja, ich wollte es sagen, du hast mich veräppelt. Ne, du bist doch falsch... Du bist doch... Hä, warte mal, hab ich jetzt hier grad einen Speed-Effekt bekommen auf dieser kleinen Seite? Das wär's ja jetzt gewesen. Also, zwei links, ein rechts, ein links. Ja, ich bin ja schon durch. Wusste ich. Hä, wie komm ich denn hier? Ah, das war die falsche Ebene. Und dann muss ich ein rechts und dann? Ähm... Ein rechts, ein... Ne, warte mal. Was war der Anfang? Ein rechts. Dann links, links, rechts. Boah, du weißt ja alles. Natürlich. So kennt man mich, oder? Äh... Ja, du wolltest ja sagen. Ich weiß es. Ja, es kam nur nicht so raus. Ja, ich weiß, alles gut. Mann, hier heißt es auch wieder probieren, geht über studieren. Mega nervig. Ah, der schöne Creeper hier. Oh, nee. Dock, 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 dock. Dock, dock, dock. Das heißt rechts, rechts, re... Ne, warte, rechts. Rechts, links, links, rechts. Hä, du bist doch gar nicht so weit von mir. Wer? Rechts. Ja, weil ich hier ausprobieren muss, Mensch. Ja, 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 ja. Rechts, links, rechts, links. So sollte es sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Rechts, links, rechts, links. Perfekt, Leute. Perfekt, perfekt, perfekt. So, ja, dann kannst du ja gerne mal selbst ausprobieren, Thomas. Rechts, links, rechts, links. Ne, das fand ich hier. Hast du das nicht gerade gesagt? Lol, der Ender Dragon, sterbe ich dann? Oh Mann, er bringt mich um. Der Ender Dragon, Mist. Aber, das Coole ist, ich bin am Ziel. Lol. Obwohl ich gestorben bin, bin ich wieder am Ziel. Es ist irgendwie ein bisschen verwackt. Aber, ich beschwere mich nicht darüber. Was ist denn das? Yoshi-Ei? Lol. Wie cool ist das denn? So, und das heißt jetzt hier. Also, ich habe es direkt geschafft. Mit rechts, links, rechts, links. Ja, dank wen? Dank Minecraft. Ich kann nicht hier blockieren, oder? Nein, auf keinen Fall. Wow, was ist das denn für ein Riesendrache? Das ist der Ender Drache. Ja, der steht ein bisschen im Weg. Ah, der Ender Drache. Der steht ein bisschen im Weg. So, kannst du auch entspannen. Hey, lol, siehst du das? Ein Yoshi-Ei, ja, ich sehe das. Komischer Fall. Ey, ich habe ein Yoshi-Ei als Kopf. Lol, habe ich das eingebaut? Lol. Ey, bleib hier stehen. Nein, bleib du hier stehen. Ey, du brauchst dich weg. Ich, wir spielen hier Fortnite für Arme. Na gut. Was nehmen wir uns denn hier? Wemo-Pet, genau. Hast du, hast du mal den Kopf gesehen? Ja, ne? Ja. Hast du mal gesehen? Ah, du bist auch denselben. Ja. Man muss immer direkt Yoshi wählen, ne? Ja, das ist ganz wichtig, ne? Ja, auf jeden Fall. Hä? Warum kann ich nicht, ah, deswegen kann ich nicht ausländen. Oh, wie schnell ich mich hochbaue. Mann, zack. Wenn das bei Fortnite auch so geht, ne? Ja, stimmt. In der Tat. Naja. In der Tat. In der Tat. Also Leute, wenn euch Minecraft in Roblox gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Vergesst das Video nicht zu liken. Abonnieren nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Liken nicht. Na, Spaß, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hä, ist da eine Schallplatte hängen geblieben? Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau, Leute. Tschau, Leute.